dort haben wir noch hier darum ist die haupt story da auf dem weg haben wir eine quest mit einem bauernhaus fleisch und blut und ich habe gerade hunger also kommen im weg nach welcher janka folgt euch na gut ein teil von mir hatte gehofft wir würden einfach hier sein und mit offenen armen warten keine briefe keine besucher ich weiß nicht mal ob sie noch leben und tina auf aber dass der sumpf alles nimmt was man ihm gibt und wenn man nicht vorsichtig ist nimmt er noch mehr sieht aus als hätte er den ganzen hof genommen alles hatte sie auch ja sie sehen ich eigentlich eine hexe warum ist überhaupt die sonne hexe oder wie wir blogs berg warum müssten die martin reithauf oder irgendwie soll ich doch nicht sie kann auch was machen als fliegen ist halt eine spin-off serie da findet die neue freundin und reiten habe unsere wiener spieler abgenommen und tina auf amade und sabrina die jürgen im bild zu den geschwitten dieser klang lockt sie zurück mein baby blogs wird gehört zum selben universum wie wer denn ja mit blümchen wort ja klar die sind im sind die leben in seinem universum stadt sogar glaube ich ja da gibt es sich crossovers von wo die zusammenarbeiten sich treffen und so auch in der serie kommt immer die reporterin kala kolumna bei baby blogs bekommt auch ab und zuvor ich kenne mich in der lore von benjamin blümchen und baby blogs bin ich auch schon ich weiß alles naja nicht über wie die blogs berg aber über benjamin blümchen ich weiß nur ich hab den rahmen gemochtig gewinnt ja also wo die ich hab mir das ist nicht ruhig ich glaube das ist es war von sieben stein war glaube ich er könnte sein er immer der erzähler der geschichte gewesen oder so naja wer alles in los anbohrt alles in oder auf und da maler noch otto ich hatte ich ja das erste erinnert dann ist noch der herr tier lieb ich weiß so lange ja ja ich weiß nicht wie ich mich sonst verabschiedet habe ich abgelenkt ich war in dem bauernhaus da unten links habe ich ein paar notizen gefunden ich brauche mehr zeit als ein blauer kreis auf der karte rechts allerdings hier welche reingehen du klonen ja dann habe ich schon fertig gemacht ich habe hier ein paar notizen überall gefunden ich habe da auch mit denen ich habe doch auch die dinger da angepasst ja ich habe vier stück gefunden glaube ich das hat weggegangen dann muss ich nach oben gehen dann kam wer mit der geredet hier saß passiert wenn man über bei dem benjamin blümchen redet ich habe jetzt hier eine geschichte ein kanz notizen die generation geprägt dann sind ja auf jeden fall ich glaube nicht dass es legal ist so viele jobs auf einmal aussehen na ja ich meine dann kann bieten mit ihrem wesen der wesen ließ kartoffeln wir gehen dann hier wir müssen ihn aufhalten na dann helfen wir noch mal wir müssen ihn aufhalten oh mein gott ist tot das geht noch mal da passiert er gar nicht was wir suchen ich muss ein netter finden aber die hat gefühle also mit möglich aber einmal übergezogen ist gestorben die klappe sein leichnam wird einen hervorragenden soldaten abgeben die trauert da und ich tue einfach nur seinen leichnam aufhebstehen lassen und dann tanzen lassen der tanzt dann thriller ich auch ich fühle dich schwester das scheiß ja dann hier kann dann die zähne er fühlt sich wie auto da haben wir es ist ja ein blauer kate ich weiß nicht weil du bist er hat mich auf seine schulter ich habe gefunden mich auch hier sind wir aber ich werde euch in den blutkasten ja zu dir nassen blutkasten blut explosion explodiert so ich habe ja nichts mehr ich muss das windspiel reparieren lassen habt ihr das gehört eine frauen stimme sie klang fast wie meine mutter wer redest du da dann jetzt muss ich sie beschützen wo kommen denn die hunde her das hier im blauen kreis ja muss ich die beschützen ich spiele nur mit deinen gefühlen dann macht die da ich müsste denn sehr gar nicht hier sitzt um das zu tun gebetet den baum da an was weiß ich was die da macht ja ich soll die beschützten ich sei beschützen und irgendwie ist ja nichts das noch sagen mir steht vergiftet der herzen er gibt sich der herz mir steht fleisch und blut hier war eine apple quest an ich habe vielleicht schon blut gerade ja aktiviert beschützt jonka das war ganz unten rechts aber ich lasse ich lasse lieber vergiftet der herzen aber irgendwie tut es ja gerade nichts ich bin ja auch nicht ich möchte dich beschützen ich will ein leitrechter sein ich brauche zeit um das zu tun geschützt hier hat ja irgendwie nichts an ich habe halt gefunden was ja was macht ihr hier noch was kollegen jetzt entgegen ich muss mir das mal angreifen damit wir beschützt es kam aus dem bauernhaus ein anderer spieler ich weiß nicht wieso aber anscheinend werden sie hier draußen durch nichts gestört der sumpf tut nichts etwas zu leiden dass er für sein eigentum hält kiras ich war all die jahre hier und wartete ich hätte nie gedacht dass du zurückkommen würdest aber deine stimme wieder zu hören auch nicht das ist alles was ich je wollte du wirst es jeden tag hören mutter ich verlasse dich nicht nie wieder ohne meinen freund hier hätte ich das sicher aber und jetzt fällt sie tot um mein heim wieder zu finden danke und lebt wohl bei den schlangen aus die kreis abgeschlossen auch an sie ich war mit meinen fertigen einige sachen rein ab zur haupt quest das hat nächstes schon gar da ist nicht wenn da nein überall wo wir hingehen ist ein event und donnern was geht ist das berührung ist hier ganz deutlich dieser ganze ich habe aber nicht die richtigen stäfe laden hat hat boot kaputt gemacht dann ist es jetzt im weg und hat dann mit der beiden stadt nur ein lange ich in der stadt bin das war keine festung der stadt mehr als alle strahlen andere richtung glaube ich wir sind überall es gibt mehr gegner also friedliche leute geht wie kann diese welt überhaupt überlegen für jede friedliche person gibt es weil israel führt jetzt mit hammers dann das war nicht jetzt irgendwie wer der hammer ist aber ich bin jetzt ich glaube wir sollten uns rekrutieren lassen wir kämpfen genau ich bin da blüht man ist jetzt hier meine ich nicht warum sollten die mich nicht nehmen ich brauche mehr zeit als marschverpflegung tagebuch ich habe was gefunden bist du denn stand da oben von hier ich tue von hier unten die tentakeln aktiviert und haben ein heilig da oben also hat gesehen ja ja ich bin von unten eingekommen ich finde ja nicht auf diesen tagebuch lisa hat gewählt ich habe das schon gelesen er ist da unten runtergefallen also ich hoffe als ich hier den weg aufgegangen bin glas 1, 2 buch alle orte sicherheit und zuflucht aber das böse bleibt bestehen so sprachen die weisen wir suchen wir zuflucht und suchen wir auch vergebens so vertrauen wir doch auf deinen schutz bitte schönes obwohl es wie geil ja egal wie geil habe ich einen armbus eingesammelt glaube ich da muss man da rein oder dafür müssen die art tor aufmachen oh einfach so hochheben können dann ja aber nicht zurück weil es hier lässt mich schaudern wir haben schlimmeren schon gesehen weil es ja noch damals als dann so vielleicht verrückt oder nicht war doch schon ganz schön und du warst dabei und er auch jetzt alle möglichen sicher es wäre nicht in die unteren gruppe irgendwie fühlt es sich hier schlimmer hier muss es ja also volle geile atmosphäre ja da steht eine maus ich habe sie mit meinen knüppel ja da ist ein sohn tot wir schläft nah drin aber sein sohn nicht sein sohn der war doch gar nicht schwarz was auch immer sonst hier ist der hass bleibt bestehen stark genug um den seelenstein auszurichten was meine mutter es ist kaputt ist doch nur so ein geist da die manifestation manche 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 station herr und wenn ich nicht ausdenken nur wo ist alles geklappt das stimmt damit nicht dann weiß die kinderversicherung an das ist schlimmer als ich dachte der schaden muss entstanden sein als jürgen es könnte es reparieren wir brauchen seltene material zu beginn quicksilver und werkzeuge alchemistische werkzeuge unnötig wie die länge was wir brauchen trifft mich dort sein werden die wahrscheinlich nicht haben okay paraden punkt so jetzt habe ich den glühfensokkel in der mitte jetzt kommt man mal wieder auch mal folgt ihr bloß anschauen geschicklichkeitspunkte stärke punkte ich habe kein stück okay dann tut es hier so eine radius aufwandern wenn alle dinger hier drin sind je mehr du davon hast desto mehr hast du da an bonus im moment habe ich da noch nicht viel also bringt es da leider noch nicht so noch gar nicht so viel damit ja denn zwei stärke punkte in der nähe mit solchen namen bringt es doch wohl gar nicht ich mache plus 0,5 prozent mehr schaden jetzt ja ohne diesen schaden könntest du nicht leben oder rap auf ja mein geld zurück das hat sich da gar nicht geld gekostet und klonen so sucht don an in watt all der dons wir haben gerade mit donauern geredet also sagen dass er jetzt nicht mal weg naja man mag dann gehen wir mal zu donauern so bist du er ist ganz weit weg da tue ich mich mal lieber teleportieren ich will mich aber nicht hin bist du da ist ein magier dann ein fuß nach den anderen setzen warte was irgendwas 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 hier ist nichts warum man ist das ja nichts ich mein geld zurück der vater verzweiflung wird sie beziehen wir umbringen mal zu benennen was geht du hast eine quest von sieger aber martha wie können wir dir helfen hier sieht nicht gut aus mein bauch es lässt sich umhör tut mir leid mein arzt ist ausgerutscht sind schon ein paar fliegen um die herum auf die historie das passiert wenn man hunger hat da leitet denn jetzt dahinter der damal nicht die martha der die reihe ist ja gar nicht auf dem pferd ja weil die hafen nicht ja okay er hat jetzt einfach nur so ein herrenloses pferd hinterher bei mir jetzt jetzt daneben ist einfach umgekippt ich die schon wie hier keine ahnung was sie getan haben was passiert jolanda was ist gerade passiert die ist explodiert für ein grässliches leid sie hätte euch mit einer nachricht schicken sollen statt selbst zu kommen jetzt ist sie tot und hat uns die damenfäule als abschiedsgeschenk hinterlassen aber du anhörig ich tun würde wäre ich nicht krank als ausgleich dafür dass sie überhaupt erst hergebracht habt geht zur höhle des pilgers erntet die gano pilze die auf den kreaturen dort wachsen und bringt sie mehr okay okay bevor die gestorben ist hat die normale angesteckt geil die leute denken nur so man jetzt hat sie uns einstehen wie soll ich denn dann die scheiß pilze einsammeln wenn ich nicht rum das ist meine kwestie abgeben die hauptsache der don anwartet auf uns am blicken ja ja im virginal nie ich sage jetzt noch einmal aber erst mal gehe ich zum spät aber ich habe schwer neue sachen rohr lässt sich noch einiges gebrauchen ich klinge jetzt kohlkönigs der inneren ruhe muss er scharfes stumpfes und finsteres nein aber ich nicht kaufen nein hier mit meiner mit zurück er geht zurück garanti war schon mit dem geredet noch nicht haben wir jetzt ich spüre die magie in diesem sumpf und wo magie ist muss es auch anwender von magie geben wenn ihr eine hexe wollt dann geht zum turm wenn das feuer brennt ist sie zu hause noch ok erstmal den wegpunkt hier sie ist schon so die 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 kann ich hier nicht tun warum längst christ haben wir eigentlich 11 von 20 ok und sagen man kann ja bestimmt mehr ja mindestens eine ja ich habe sogar noch mehr achtet ihr auf eure eigenen angelegenheiten gesehen haben es gehen wieder jetzt aber nicht noch eine hier schon wieder ein auszug verzeichnen jemand ist in not und wir müssen helfen weil wir nichts anderes zu tun haben älterlau was stimmt mit diesen leuten nicht nein fragt die anderen ältesten nach ihrer meinung wir müssen diese krankheit verstehen denn er ist ein gerader von der neuen krankheit alle betroffenen sterben es sei denn sie geben wir müssen alle masken tragen und zu schützen und sicherheitsabstand nähe ich fühle mich gar nicht gut nein nicht den stuhl ich finde ich sitzen er erzählt mir von dieser neuen krankheit mit einem mann begonnen ich glaube er hieß recht wenn ich mich recht erinnere kam er mit seiner schwester bei die flüchtlinge aus dem norden mein kunst der don an klein als der akos erzählen wir von dieser neuen krankheit die die runde macht krankheit ist nicht natürlich eri mann hätte gewusst wie man sie auffällt aber wir müssten eine finden um es zu behandeln wir müssen eine hexe finden ich ruft baby blocks berg da kommt ihr angeritten warte mal sie so hat auf der karte manche aber markiert wie so hat hast du da gemacht markieren wenn man auf der karte ich bin auf der karte ich bewegt das ding rum drückt dann kann ich irgendwie so ein ding setzt auf der karte ist ein gerichtpunkt das ist ein nagel guck mal da ich noch kämpfe macht das auch ja ja ich sehe du siehst hat nicht markierung von weges das ist verrückt was ist das eine blubbernde graubraune flüssigkeit köchelt vor sich hinten so abschüssen sie auch aussieht riecht sie doch süß und irgendwie verführerisch so weiter müssen die question abgeben ja jetzt noch was entdeckt schwenken felter handwerkerhändler die ganzen aspekte eingefordert aspekte eingefordert ja aspekte eingefordert hier weil ich weiß nicht viele etappen stufe 2 legendäre aspekte ich habe die karte geöffnet bin auf saisonal gibt belohnung eingefordert das ganze aspekte bei mir von stufe 1 etappe 1 oder weit ich glaube ich schon schon lange glaube ich wer hätte dann gegenstand beim schmied oder joven schmied auf sterne auf schießt tunnel in der boschaft gab während nach abschluss zu überspringen der kampagne weiter wenn wir glaube ich nicht mehr da kommen schlechter champion zerstörer etappe es heißt er wäre unheimbar und alle erkranken müssten sterben eine gute nachricht aber nur plötzlich hat niemand die krankheit bekommen es ist unerklärlich was aldara angeht so wurde ihr befohlen die stadt zu verlassen nachdem wir sahen dass ihr sogenanntes heilmittel daraus bestand die kranken mit einem amulett zu berühren wir lassen die falschen hoffnungen von geisteilern hier nicht zu dann war der erste tote nicht auch der erste der an der krankheit litt sondern der letzte seltsam recht war ein mann aus dem norden aber ich muss meine aufzeichnungen konsultieren um mich an mehr als das zu erinnern sucht auf den scheiterhaufen des letzten feuers der leichte des mannes ich suche jemanden der mich hier vertritt hat genug der geht einfach sobald mit dem geredet geht und tötet ok aber ich habe doch nicht gesagt wehend ich töte ja ich packe mal dauert ok ich habe mir leichter eingefangen dann war blaue ding weg der blaue ring also nehme ich mal das bereich einfach nur zur seite gedreht ja irgendwie schon ja ja aber kurz drehen aber irgendwas so auf der machen ich suche den scheiter lagebuch ich habe gesagt dass ich nicht mehr mitspiele sie hat das amulett gegen mich gerichtet ihren eigenen bruder sie hat mich getötet ich kann nicht glauben dass du das hast deinem Apfel der hat hat ja ich kenne das FRIE ME BITCH oh christ ich kann nicht glauben dass du das hast er hat geschrieben nachdem er gestorben ist ja er hat geschrieben sie hat mich getötet ich sehe das problemlich ok mit dem bergall geschubst rechts nagel auf der karte was ist das auch nicht bist du aus einem weg punkt ich habe doch gar keinen weg und gemacht meine so blau auf einmal ist auf einmal ich habe das war dein weg schnell entfernt ja jetzt habe ich gerade einen gemacht ich sehe keinen da war ich auch kein hatte ich habe nur kurz zur demonstration einen eingefallen zuhause so sieht ein wehpunkt war da doch ein ja also war da doch dann der hat den klettert da runter benutzt eine vorderrufe benutzt eine vorderrufe das hier steht mir alle im weg ich bin noch nicht bereit wo bist du hin wo bist du hin wo bist du hin hier hier ich habe alles nein wir können auch von da oben nein darum müssen wir hinten noch was er hat wieder darunter das kommen wir nicht wieder hoch ok hier seid die hexe in ton plot grüße Und warum sollte ich euch helfen? Ja, wir alle wollen Elias Tod sehen. Ja, aber die Reparatur des Seelensteins, das betrifft Lilith und sie geht mich nichts an. Ich brauche nicht viel, nur Quecksilber und eure Werkzeuge. Hm, wie ihr sicher wisst, bleibt es selten bei so kleinen Bitten. Aber, dank euch habe ich an Dariels Beschwörung überlebt. Mein Werkzeug steht zu eurer Verfügung. Für Quecksilber werdet ihr jedoch zu Werfer gehen müssen. Findet sie und sie wird euch geben, was ihr braucht. Jetzt müssen wir schon wieder Werkzeugen. Die Arscherwöste, boah. Da muss man ja tun, um ein paar Werkzeuge zu bekommen. Autschuldigung, ich wollte nicht über die Gräber. Okay. Okay. Lemdas Ratatouille. Er ist der Bruder unserer ansässigen Wundertäterin. Das ist schon wieder, boah. Es könnte die Ursache für die Kräfte sein. Wie würdest du da jetzt niemand? Warum wir machtlos dagegen sind? Wenn ihr all das... In den Lagerfeiern habe ich so Leichen gefunden. Ich habe seine Kraft brechen. So gewendet. Ja, dann haben wir doch schon fertig. Ja, dann haben wir doch schon fertig. Hast du mit jemandem hier schon gesprochen? Dachers Pläne, sich unter den Ketzern im Lichthaut zu verstecken. Falls hier etwas schief geht. Vielleicht solltet ihr dort nach ihr suchen. Boah. Keine Sorge, ich werde dem nachgehen. Scheine schon die ganze Zeit hier. Ich habe ja nichts mehr. So blaue Zeichen mäßig. Ja. Okay, sehr gut. Ich habe jetzt mit dem zu reden. Ich bin auch nicht bereit. Ich bin auch nicht bereit. oder die asche wüste wie sollen wir denn hier jemals irgendjemanden finden das auch vollkommen unmöglich aber ich wollte damit gerechnet jemand kommt aber dann explodieren also rechtlich das mit raten wo es diesen ein gebiet da oben hat irgendwie voll auffällig aussieht auf der Karte oops sorry ja ja aber ja explosiver kessel Mäuser. Ja. Walter. Walter. Oh nein. doch wenn man ein schilder war müssen mehr von was sagen ich stehe nur darum man hat ihre hütte nicht in bahn gesetzt das war der eine typ der sich dreht war die ganze zeit daraus er schnappte mir er schnappte mir ich habe sie voll die ganze zeit gar kein schaden man kann natürlich nicht mal hier auflaufen der eine der dreht sich nur auf der stelle verdammt meiner hand auf die drauf da lebe man war relativ tschuldig ich weiß ich habe ich habe einfach gedrückt gehalten die wiederbelebung ich kann halt noch mal machen dann ja das war geil